So, meine lieben Sportfreunde, wir müssen loslegen mehr. Der Fafi Bach hat jetzt noch eine Grünfestung. Wir müssen nach Hause und werden so weit so gut. Nächstes Spiel der neuen Saison 2018-19. Es war jetzt der Fafi Bach in Stand 2-1. Begrüßen darf ich zu meiner Nippenden Thomas Semmelmann, Trainer des Fafi Bach. Zu meiner Rechten an unserem Trainer Trilliger Fuhrmann. Zwei sind jetzt von der Presse neben und an. Presse hat schon gesehen, also lassen wir es dabei. Dann nehmen wir los. Endstand 2-1 für den SV Etzenricht. Ich glaube, es war ein sehr intensiver Spiel. Und dafür freuen wir noch gerne mal als erstes den Thomas Semmelmann zum heutigen Spielverlauf. Wir haben dann in der Halbzeit am ersten Mal gesehen. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war Etzenricht spürtisch stimmend. Wir haben zwar sehr gute Kontermöglichkeiten gehabt, haben es leider liegen lassen. Aber im Großen und Ganzen war die Halbzeit für uns Etzenricht verdient. Wir haben dann in der Halbzeit am ersten Mal einfach mutiger zu spielen. Ich glaube, es habe ich dann gesehen. Die Mannschaft hat zwar dann nach fünf Minuten noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber dann spätestens nach dem Traumtor, sage ich jetzt einmal, aus 25 Metern, das zwar nur noch mit an den Anschluss gemacht hat, glaube ich war es ein Spiel. Das, was wir auch nach einem Punkt holen hätten können. Wir haben sehr, sehr gute Tormöglichkeiten gehabt. Wir haben dann kurz vor Schluss eine hundertprozentige Leiter liegen lassen. Ja, und dann verlierst du halt so ein Spiel, 2 zu 1. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es meiner Mannschaft auch gerade in der Kabine gesagt, sie können mit der hohen Haut bis rausgehen. Das kann sich keiner einen Vorwurf machen. Wir müssen, wir brauchen erst einmal Zeit, dass wir uns auch in der Liga etablieren, dass wir da mal reinfinden wollen. Das ist ein Riesensprung für die Bezirksliga in die Landesliga. Und da braucht es auf jeden Fall keiner schämen von meinen Jungs. Ich bin stolz auf sie. Sie haben auch gute Leistung gebracht. Wenn auch noch Luft nach oben ist. Aber wie gesagt, man kann stolz daraus helfen leisten. Ja, danke Thomas. Dann gehen wir gleich vorbeide an Rüdiger. Sie hat auch jetzt mal ein bisschen schneller gepopft heute. Also ich möchte eines sagen. Ich bin glücklich über den 3. Weil eins ist klar. Wir haben einen Unbruch hinter uns. Wir haben viele untergrasse Gespüter geholt, die wir das auch immer wieder gut gemacht haben. Aber die haben auch Luft nach oben, wie mein Kollege, das bei seiner Mannschaft gesagt hat. Und im Endeffekt ist der Auftakt spürt die Aufsteiger immer unangenehm. Wir haben gute Phasen gehabt. Wir haben schlechte Phasen gehabt. Von den guten Phasen müssen wir das mitnehmen. Was gut ist, das wieder wiederholen. Und aus den schlechten Phasen müssen wir lernen, wie wir es besser machen. Und da bin ich jetzt optimistisch, dass wir das die nächsten Wochen besser machen. Und jetzt fahren wir nach Passau mit einem 3 im Rücken. Das ist ein Ansprung gegen den Tabellenführer. Gehe ich davon aus, dass wir wieder bleiben. Nach dem 16. Zu Spülern mit. Ich freue mich auf das Spiel. Ich hoffe, meine Spieler tun das auch. Und ich kann zu den Zuschauern nur sagen, Habt ihr ein bisschen Geduld mit den jungen Leuten, mit der Mannschaft. Und wie gesagt, Auftragsspieler 3. Ich bin glücklich. Über die Schwächen werden wir intern reden. Wir haben versucht, uns zu verbessern. Danke, Lütsch.